Guten Tag zusammen, ich begrüße euch zu unserer wöchentlichen Medienrunde. Heute zu Gast bei uns unser Abwehrspieler Herbert Bockhorn. Grüß dich Herbie. Guten Tag. Und traditionell starten wir direkt rein in die Fragerunde, anschließend haben wir noch ein paar ausgewählte Fanfragen. Es startet Nico Esche für Magdeburg Blau-Weiß. Guten Morgen zusammen, hallo Herbert. Der Trainer sagte letzte Woche, dass du an einem Infekt erkrankt warst. Deswegen meine erste Frage, wie geht es dir denn gesundheitlich jetzt? Ich fühle mich wieder richtig gut. Ja, ich habe auch ein bisschen Gewicht verloren während der Krankentage. Konnte jetzt auch wieder nachlegen. Fühle mich wieder gut. Habe die letzte Woche voll trainiert. Konnte gegen Paderborn 30 Minuten der Mannschaft helfen. Und ich gehe davon aus, dass es diese Woche dann nochmal besser wird und dass ich Richtung 100 Prozent gehe. Du hattest jetzt im Laufe der Saison eine durchaus gute Saison auch gespielt auf deiner Seite. Jetzt kam Elan Kuri wieder zurück, der auch eine sehr gute Form dann eben auch hat. Belbel jetzt zuletzt auf deiner Position. Dementsprechend gibt es ja doch einen Konkurrenzkampf dann auf den auf den beiden Schienen. Wie nimmst du diesen Konkurrenzkampf an? Ja, so wie immer würde ich sagen. Da am Ende natürlich entscheidet der Trainer. Aber ich würde natürlich immer das Beste geben. Das Beste dem Trainer auch zeigen. Zeigen, dass ich da bin. Der Mannschaft zeigen, dass ich da bin. Und am Ende des Tages macht es uns dann irgendwo auch besser. Wenn jeder dann auch seine Spielzeit haben will, muss er dann auch liefern. Und ich glaube, der Konkurrenzkampf belebt das auch ein bisschen auf den Positionen, macht uns besser und hilft der Mannschaft am Ende des Tages. Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Geht man dann nochmal die extra Meile auch gerade beim Training, auch beim Spiel? Ja, man hat natürlich immer mit der Kopf, dass da jemand sein könnte, der dich ersetzen kann. Und da ist man halt konzentrierter, will dann vielleicht nochmal einen Schritt mehr machen. Und klar ist natürlich auch immer ein bisschen Druck, dass sowas dann natürlich auch bestraft werden kann oder dass du dann ausgetauscht werden könntest. Aber ja, also es ist halt Fußball. Konkurrenzkampf ist immer da. Und das ist gut. Und auch ohne Konkurrenzkampf willst du natürlich für dich auch selbst immer besser werden und über die Grenzen hinaus. Jetzt am Wochenende Topspiel gegen Nürnberg. Tabellennachbar oder Sechs-Punkte-Spiel kann man eigentlich auch sagen. Was erwartest du gegen Nürnberg? Ich erwarte ähnliche Spiele eigentlich wie im Hinspiel. Was ein bisschen unglücklich für uns gelaufen ist, muss ich leider sagen. Wir wären natürlich gerne mit Mehrpunkten nach Hause gefahren. Ich glaube schon, dass Nürnberg auch eine Art Respekt vor uns hat, wie viele Mannschaften in der Liga. Es ist ein Heimspiel hier in Magdeburg, Flutlichtspiel Samstagabend. Ja, da gibt es nicht viele Mannschaften, die die Reise nach Hause dann glücklich angetreten haben. Und wir sind selbstbewusst. Wir haben in der Rückrunde, also wir haben bisher eine gute Rückrunde gespielt. Gute Punkteausbeute. Wir stehen defensiv stabil. Wir gehen mit einer breiten Brust in das Spiel. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir auch in dem Spiel dominant auftreten werden und den Nürnbergern ein sehr, sehr schweres Spiel vor die Brust stellen. Eine letzte Frage noch. Du hast es gerade schon angesprochen, beziehungsweise ich habe jetzt auch deinen Kollegen Tobias Müller und Daniel Heber die Frage gestellt. Das ist ja schon fast ein Phänomen, was ihr da jetzt in der Verteidigung abgezogen habt, im Positiven. Jetzt im Vergleich zur Rückrunde, zur Hinrunde, dass ihr dann wirklich viele Spiele auch zu Null dann eben gestalten könnt. Woran liegt es? Erstmal freuen wir uns, dass es so ist, dass wir in der Defensive so stabil sind in der Rückrunde. Ja, woran es dann liegt, ist dann immer nicht so einfach zu sagen. Natürlich haben wir uns vorgenommen in der Hinrunde, wir haben viele unnötige Gegentore bekommen in der Hinrunde. Das war natürlich ein Thema, ist zurzeit natürlich zum Glück kein Thema, aber ja, defensiv haben wir halt zum größten Teil Fehler abgestellt, die natürlich zu Gegentoren geführt haben in der Vergangenheit. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen Punkt finde ich, dass wir einfach auch wenig zulassen in den Zweikämpfen, in den wichtigen Zweikämpfen, sehr stabil sind, die auch gewinnen. Vor allem sind wir bei den Standards. sehr stabil, haben dort wenig Gegentore bekommen im Vergleich zu der Hinrunde oder zur letzten Saison. Und das finde ich, ist auf jeden Fall ein Grund dafür, dass wir defensiv so gut dastehen. Danke. Also Ronny Hartmann für die BILD. Dein Defensivverhalten hast du ja gerade schon erklärt, aber du hast ja auch sechs Torvorlagen, bist ja ein Verteidiger mit großem Offensivdrang. Ist an dir vielleicht ein Offensivspieler verloren gegangen oder ist das gerade so dein Ding, dass du halt lieber verteidigst und dich dann vorne mit einschaltest? Ne, also ich greife schon lieber an. Ich glaube, das ist bei den meisten Fußballern so. Ich möchte schon angreifen. Ich war früher auch noch offensiver als ich jetzt bin. Aber klar ist, dass zu der Position oder zum Fußball natürlich die Verteidigung und das Verteidigen dazugehört. Also es geht nicht, dass wir mit acht Leuten verteidigen. Es geht nicht, dass wir mit zehn Leuten, wir müssen mit elf Leuten verteidigen. Und da brauchen wir auf jeder Position Disziplin. Und vom Offensivdrang, also alles, was ich offensiv mitmachen kann, möchte ich auch mitmachen. Das ist das, was Spaß macht am Fußball, den Ball am Fuß zu haben, zu kicken. Und natürlich wünsche ich mir natürlich noch mehr davon, mehr Tore, mehr Vorlagen. Aber ja, ein Grund dafür, dass wir auch so wenig Gegentore haben bisher in der Rückrunde ist natürlich auch, dass wir auch geil sein müssen, zu verteidigen. Ist das Unangenehmste meiner Meinung nach im Fußball. Aber es gehört dazu, wenn du erfolgreich sein willst. Und ja, das ist halt die Arbeit, die wir leisten müssen. Also lieber ein Assist schlagen, als irgendwo den Ball weggrätschen. Ist beides geil. Also wird beides gefeiert, glaube ich, auch im Stadion hier. Aber ja, Tore, Vorlagen, das ist immer das Schönste. Da gibt es mehr Applaus dann für, ja. Laut Transfermarkt läuft dein Vertrag noch bis 24 beim FCM. Aber meine Frage ist, wie siehst du denn persönlich so deine Zukunft, also ab dem Sommer? Da gibt es noch nichts Konkretes. Also ich habe da keine Vorstellung aktuell. Ich konzentriere mich auf die Sache hier. Man entscheidet oder entscheide ich mit, mit den Leistungen auf dem Platz. Darauf muss ich mich konzentrieren und dann wird das, was ab Sommer passiert, von alleine kommen. Also da mache ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber. Seid ihr wahrscheinlich immer in Gesprächen, auch mit dem Trainer, das hört man ja auch immer wieder. Wie kann man sich das vorstellen? Also habt ihr da wöchentlich so Gespräche auch mit dem Trainerstab? Also jetzt mal abgesehen von der Vertragssituation. Prinzipiell würde mich das mal interessieren, wie das abläuft. Also ihr werdet ja im Mannschaftsverbot reden, aber halt habt auch Einzelgespräche. In welchem Tornos ist das denn immer? Mal ist der Bedarf höher, mal dann weniger. Wenn die Leistung stimmt, ist es meistens dann so, dass es auch weniger Gespräche gibt. Ein guter Indikator. Wenn man gut ist, dann hat man weniger. Okay. Das ist immer ein gutes Zeichen, genau. Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt Spieler, die von sich aus das Gespräch dann öfter suchen. Es gibt vom Trainer natürlich immer auch dann vielleicht Spieler, bei denen er das Gespräch dann öfter sucht, bei Führungsspielern, bei Mannschaftsrat, wo es dann Themen gibt, die dann besprochen werden müssen. In meinem Fall ist es jetzt schon unregelmäßig, je nach Bedarf. Also da kann ich jetzt keine Regel ausmachen, dass wir jetzt sagen, alle zwei Wochen haben wir mal ein Gespräch. Das ist mal mehr, mal weniger. Also ganz unterschiedlich. Auch wenn es bei dir jetzt weniger ist, ist das ein gutes Zeichen, sagst du. Ich hoffe, gehe ich von aus. Also ich glaube, dass meine Leistungen in Ordnung sind und dass es da meistens nicht so viel Bedarf gibt. Danke. Daniel Lübner für die Volksstimme. Herbert, kommen wir nochmal kurz zurück zu deinem Offensivdrang, den du ja selber beschrieben hast. Du hattest, glaube ich, vor einigen Monaten mal gesagt, du möchtest auch offensiv mehr Akzente setzen beim FCM. Das sind jetzt drei Tore, drei Vorlagen, die du geleistet hast. Sind deine Ambitionen damit schon erfüllt oder geht da noch was? Nee, erfüllt sind die noch gar nicht. Also ich möchte auf jeden Fall noch mehr Torbeteiligung haben. Ist auch möglich. Hätten auch vielleicht ein, zwei mehr sein können. Aber da will ich weiter dranbleiben. Definitiv. Da bin ich noch nicht zufrieden mit. Lass uns mal kurz einen Blick zurückwerfen auf den Anfang der Saison. Ein gewisser Toni Groß hatte damals euch zum Ausstiegskavoriten mit erklärt. Du hast auch gesagt, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen und dann gucken wir am Ende weiter. Wir dürfen nur den Glauben nicht verlieren. Ihr hattet dann einen tollen Saisonstart. Ich glaube, drei Siege, zwei Unentschieden. Und über der MDCC Halle Arena strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die Euphorie. War das dann in den folgenden acht Spielen, die ihr nicht gewonnen habt, war diese Euphorie vielleicht so ein bisschen Lähmung auch in euren Leistungen tatsächlich? Habt ihr euch da selbst denn sehr unter Druck gesetzt? Oder wie würdest du das im Nachgang beschreiben? Also ich finde nicht, dass wir uns selbst unter Druck gesetzt haben. Ich finde, dass wir vielleicht dachten, dass es einfach so weiterläuft. Wir hatten natürlich einen sehr, sehr guten Start. Auch von außen kam viel Euphorie. Das haben wir auch schon gespürt. Aber ich glaube schon, dass wir das einfach auf die gleiche Schulter genommen haben. Also es gibt Spiele wie Schalke, an die man sich immer wieder erinnert, die man dann leicht hergegeben hat. Und das hat das so ein bisschen widergespiegelt, finde ich, die Phase nach dem guten Start. Es wäre definitiv mehr möglich gewesen. Das kann man jetzt im Nachgang sagen. Auf jeden Fall, um die zehn Punkte könnte man theoretisch dazurechnen, wenn man möchte. Und ja, ich hoffe, dass wir, wenn es dazu kommen sollte, demnächst, vielleicht in der nächsten Saison hat man wieder so einen Start, wieder so eine Euphoriewelle, dass man daraus lernt und versucht, auf dem Boden zu bleiben und zu wissen, dass es eine lange Saison ist, dass nach fünf Spieltagen die Saison noch nicht vorbei ist. Es ist schön, dass Leute da sind, die uns sowas zutrauen, so wie Toni Kroos oder auch unsere Fans, andere Leute von außen. Aber ja, wir müssen das auch versuchen, auf dem Boden zu bleiben und zu wissen, dass wir von Spieltag zu Spieltag denken müssen. Und ja, es ist halt zweite Liga, alles kann passieren. Jeder kann jeden schlagen. Das haben wir, ja, hoffentlich verstanden mittlerweile. Und dann, ja, denke ich, was soll ich jetzt sagen? Passt. Ja, dann passt. Ist das eigentlich so, dass man jetzt mit, ich glaube, sieben Punkte sind jetzt Vorsprung auf dem Relegationsplatz, dass ihr schon ein bisschen entspannter auch so seid? Merkst du das auch in der Stimmung, dass das alles so ein bisschen befreit hat, gerade die Ergebnisse der letzten Wochen? Das finde ich definitiv. Ich gucke nicht so gerne nach unten. Von Spieltag zu Spieltag kann sich die Tabelle auch sehr schnell drehen. Wir haben jetzt auch gesehen, Osnabrück gewinnt Spiele. Braunschweig ist es seit Beginn der Rückrunde, ja, aus der, vom vordersten Platz, glaube ich, haben eine richtige Serie gestartet, sind da raus, sind zwar immer noch drin, aber es kann halt alles schnell sich drehen. Also wenn du halt drei Spiele nicht gewinnst, sondern dann gewinnen sie auf einmal unten, dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Gewinnst du drei Spiele hintereinander, bist du auf einmal oben mit dran, und da muss man natürlich immer aufpassen. Es ist immer eine Momentaufnahme. Wir sind schon irgendwo gelassen. Wir wissen noch, dass unsere Leistung stimmt. Deswegen, darauf müssen wir uns stützen. Wir spielen eine gute Rückrunde, wir sind defensiv stark. Und deswegen macht mir das halt, gibt mir das ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen. und auch in der Mannschaft spürt man das, wie schon gesagt, genau. Achim Mally für den Kick-Up. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die bislang gute Rückrunde zurückkommen, was da schon viel dazu gesagt hat, woran das liegen kann. Und so gibt es ein, zwei konkrete Punkte, zumal ja auch immer wieder veränderte Anfangsformationen gespielt haben, an denen man das festmachen kann, taktischer Natur, anders Anlaufverhalten, was weiß ich, ein, zwei ganz konkrete Dinge, die vielleicht zur Hinrunde im Trainingslager in der Türkei trainiert, verändern. Kann nicht alles an Tobi Müller festmachen, das noch zu sagen. Ja, das würde es einfacher machen, wenn wir das so stehen lassen. Ja, muss ich mal kurz überlegen. Also ich denke, klar sind, dass wir die individuellen Fehler minimiert haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt keine Fehler machen, das würde ich nicht sagen, die da vielleicht auch nicht bestraft wurden, wie in der Hinrunde. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich finde, dass die Defensivstabilität bei den Standards eine große Rolle spielt. Das ist eine Waffe bei vielen Mannschaften in der zweiten Liga. Es kann Spiele entscheiden. Es hat auch schon viele Spiele entschieden. Und das hat uns auch schon viele Punkte gekostet in der Vergangenheit. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch weiter beibehalten müssen. Und ja, allgemein, also taktisch würde ich sagen, dass wir da nicht viel, also wir sind bei unserem Spiel, wir wollen unser Spiel durchziehen, wir wollen dominant sein, wir wollen ein gutes Gegenpressing haben, wir wollen ja, den Gegner erdrücken, was uns meistens auch sehr gut gelingt. Zweikampfstärke ist wichtig, also auf jeder Position. Das hatte ich schon angesprochen. Und am Ende des Tages müssen wir das Tor treffen. Also in allen Punkten mehr oder weniger verbessert im Vergleich zur Hinrunde oder im Vergleich zum Vorjahr. Okay. Noch eine ganz andere kurze Frage mit Blick auf das letzte Spiel, fast die letzte Szene. Nochmal deinen Blick darauf. Spiel ist vorbei, alles gut. Der Schiri hat sicherliche Pfiffen, wie man nicht immer erwarten konnte. Du hattest einen Zweikampf an der Grundlinie gegen Bilbia. hast du den Ball da eigentlich getroffen? Das war nach dem Schuss? Das war nur sechs Minuten der Nachspielzeit, war im Prinzip fast die letzte Aktion. Gretz Strein. Ich muss nicht mehr... Nach der Tor-Auslinie, Grundlinie praktisch. Links neben dem Tor. Das war nach dem Torschuss, oder? Nach dem Schuss? Ja, ja, wo denn der Abpraller und das da war dann... Okay, genau. Da muss ich mich auch mal kurz dran erinnern. Also es wurde nichts gepfiffen, nichts passiert, alles gut, aber es war aus meiner Sicht relativ gefährlich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es gefährlich war. Ich hatte schon... Ich habe da was getroffen, da bin ich mir eigentlich sicher. Und ich weiß nicht, ob es der Ball war. Okay, alles klar. Wie gesagt, ist ja auch alles die Schicht und vorbei, aber bloß mal Interesse. Ich denke, es war der Ball, ja. Muss der Ball gewesen sein. Okay, alles klar, danke. Habt ihr noch weitere Fragen? Nico Esche nochmal. Eine letzte Frage nochmal. Du hattest einige Spiele für den VfL Bochum auch bestritten. Verfolgst du deine Ex-Klubs generell, jetzt auch gerade im Hinblick auf Bochum, die jetzt gerade so im Abstiegskampf sind in der ersten Bundesliga und falls ja, wie hast du das verfolgt damals, als sie gegen Bayern München gewonnen haben, jetzt neulich? Ich verfolge den VfL Bochum, ja, in der Tat. Ich mache natürlich immer auch eine emotionale Bindung dazu. Macht auch immer Spaß. Ich will natürlich auch wissen, wie sich dann der Verein oder der Ex-Klub weiterentwickelt. Und ich gucke mir nicht alle Spieler an, da bin ich auch ehrlich, aber man verfolgt natürlich schon alles. Wir haben auch Momo Quoteng, der sich dem VfL angeschlossen hat. Das möchte man natürlich auch ein wenig mitverfolgen, wie sich der Junge entwickelt. Und ja, also sie haben die Bayern jetzt in der Phase erwischt, die auch sehr unruhig ist bei ihnen. Und zu Hause in Bochum, da kann immer alles passieren. Da haben sie wirklich eine richtige Stärke. Sehr, sehr unangenehm für jeden Gast. Und ja, da schaue ich gerne zu. Ich gehe auch davon aus, dass sie drinbleiben werden diese Saison. Nächste Saison dann mit dem FCM gegen Bochum? Ein Testspiel vielleicht. Also ich weiß nicht, also ich bleibe bei uns da erstmal ruhig. Also man kann, man weiß nie, was passiert, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir da jetzt noch hochschießen und ich glaube auch nicht, dass Bochum runtergeht. Also die jeweiligen Teams bleiben in ihrer Liga und vielleicht über nächste Saison, wenn wir dann hochgehen. Danke. Habt ihr noch weitere Fragen? Dann kommen wir zu ein paar ausgewählten Fanfragen, Herbie. Die erste, wolltest du schon mal Außenverteidiger spielen oder welche war eigentlich ursprünglich deine Lieblingsposition? Lieblingsposition? Also Lieblingsposition, muss ich sagen, war meistens Außenstürmer. Ich habe in der Jugend angefangen als Außenverteidiger. Das war meine erste Position im Leistungszentrum. Ich bin dann langsam, aber sicher dann auch immer ein bisschen nach vorne gewandert. Ich habe viele Positionen bekleidet. Außenstürmer hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber mittlerweile finde ich, so wie ich den Außenverteidiger interpretiere, mit dem Offensivdrang, fühle ich mich sehr, sehr wohl. Das ist aktuell meine Lieblingsposition. War sie nicht immer, aber ist sie jetzt. Okay. Dann, wie blickst du auf deine Entwicklung beim FCM, seitdem du bei uns bist? Ich blicke da sehr, sehr positiv zurück. Ich glaube, dass die Entwicklung sehr, sehr gut war. Kann man auch in, ich sage mal, in Torbeteiligung sehen. Ich finde, dass da noch ein bisschen mehr geht, dass die Entwicklung oder das Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft ist und bin aber trotzdem sehr, sehr zufrieden, auch mit der Mannschaft, wie sie sich entwickelt hat, nicht nur mit mir, aber es ist da, also es ist noch weiter Potenzial da und das möchte ich natürlich so gut wie möglich ausschöpfen. Und eine abschließende Frage, hat deine Rückennummer 7 eine besondere Bedeutung? Ja, als ich klein war, ich war United-Fan und Ronaldo-Fan, die Nummer 7 getragen und als Junge hast du halt dein Vorbild, möchtest du dann auch die 7 tragen und so hat sich das entwickelt. Wunderbar, danke Herbie, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann am Donnerstag zur Pressekonferenz vor dem Zweiliga-Topspiel dann am Sonnabend gegen den 1. FC Nürnberg. Danke. Dankeschön. Dankeschön.